Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Luise Isabella Matej, CZY, KSBB ist auf der Welt. In den vergangenen Monaten nahm die Köln 50667-Darstellerin ihre Follower mit auf ihre Schwangerschaftsreise. Die Laiendarstellerin erwartete von ihrem Freund und Ex-Kollegen Pascal Zardo, 25, ihr erstes Kind. Während der Schwangerschaft stellte die Beauty bereits klar, dass sie das Gesicht ihres Neugeborenen der Öffentlichkeit nicht zeigen werde. Jetzt war es endlich soweit, Luise hat ihr Baby bekommen. Am 19. November um 14 Uhr und 47 Minuten dürften wir nach etlichen, anstrengenden und superaufregenden Stunden unsere kleine Maximilia auf der Welt begrüßen, verkündete die Mutter stolz auf Instagram. Ab sofort gehört sie auf ewig zu uns und sie ist einfach perfekt. Hey guys, this is Gansham. Dann subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.